Warte auf Antworten. Also wie ihr seht da unten ist auch Rebrr aufgelistet. Es ist Robert. Ja, aber er ist aktuell nicht im Spiel, deswegen ist da so ein Schloss vor ihm. Ey, was ist denn jetzt gerade los hier? Crew Coop abgebrochen, niemand hat die Einladung akzeptiert. Pölmeister hat ein Missionsvorscher.